Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Helene Fischer und Thomas Cittel aus Eppertshausen halten ihr Liebesleben streng geheim. Jetzt enthüllt jedoch Papa Günther Cittel ihre Liebesdetails. Eppertshausen Seit rund einem Jahr sind Thomas Cittel aus Eppertshausen und Helene Fischer offiziell ein Paar. Seither tritt das neue Traumpaar jedoch kaum öffentlich in Erscheinung. Medien hatten deshalb sogar schon über ein drohendes Beziehungs aus spekuliert. Doch offenbar sind diese Gerüchte weit gefehlt. So schwärmte Helene Fischer gegenüber dem Magazin InTouch über Thomas Cittel aus Eppertshausen. Er ist fürsorglich, er ist liebevoll und er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben glaube ich auch sehr leicht machen wird. Der Wundervolle ist, der genau passt und wo ich mir alles vorstellen kann. Wirklich alles? Gut möglich. Denn nun hat auch der Vater von Thomas Cittel, Günther Cittel, im Interview mit das Neue Blatt über die Themen Hochzeit und Baby gesprochen. So betonte er in Bezug auf eine mögliche Traumhochzeit zwischen Helene Fischer und Thomas Cittel aus Eppertshausen. Irgendwann wird es der Fall sein. Aber ich denke mal, da sind jetzt andere Prioritäten wie Hausbau und alles mögliche, da wird eine Hochzeit nicht gut reinpassen. Ich gehe davon aus, die Räumlichkeiten sollten erstmal hergerichtet sein, und dann sieht man weiter. Erst vor kurzem hatte Helene Fischer mit einem ganz speziellen Ring für Brodeln in der Gerüchteküche gesorgt. Besagte Räumlichkeiten sind jedoch bereits fleißig in der Mache, das Liebesnest von Helene Fischer und Thomas Cittel liegt am Ammersee. Dort befindet sich vor allem Thomas immer wieder in Gesprächen mit den Handwerkern. Ja, das muss ja vorangehen. Und Thomas sagte, einer muss sich ja drum kümmern. Also macht er es, erklärte Papa Cittel weiter. Hinzu kommt, Thomas Cittel ist mittlerweile voll und ganz in das Team von Helene Fischer involviert. Seine eigene Karriere als Sportler und Model hat er offenbar hinten angestellt. Auch sein Vater erklärt, ich denke, er hat jetzt andere Aufgaben rund um Helene Fischer. Dazu gehört neben den beruflichen Aufgaben natürlich auch der Hausbau. Gemeinsame öffentliche Auftritte bleiben bisher dennoch mangelbare. Und wie sieht es beim Thema Baby aus? Schließlich hatte Helene Fischer mal geäußert, dass ein Baby ihr großer Traum ist. Wird ihr Thomas Cittel aus Eppertshausen diesen Wunsch zeitnah erfüllen? Günther Cittel verrät nun, ein Baby ist meines Wissens nach noch gar kein Thema. Allerdings ist auch klar, das Traumpaar plant eine gemeinsame Zukunft. Das hatte nicht zuletzt auch ein Backstage-Video von Helene Fischer und ihrem Thomas Cittel aus Eppertshausen gezeigt. So schätzt auch Günther Cittel, ich gehe mal davon aus, dass es noch mehrere Jahre gut gehen wird, vielleicht ein Jahr mit Hochzeit und Baby. Helene Fischer im ZDF, die Weihnachtsshow von Helene Fischer zählt jedes Jahr zu den TV-Höhepunkten der Festtage. Ein Tanzlehrer aus Limburg ist eine der heimlichen Stars des besonderen Abends. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.